Besonderer Besuch in Hannovers neuem Rathaus. Eine Delegation aus dem französischen Rouen besucht die niedersächsische Landeshauptstadt. Knapp 700 Kilometer trennen die beiden Orte, doch sie sind sich ganz nah. Denn Hannover und Rouen sind Partnerstädte. Die Begegnung von Menschen, das sich kennenlernen, das auch Verstehen einander, die Sprachen lernen, das beginnt im frühen Alter, setzt sich fort in die höheren Generationen, davon leben Länder, davon leben Städte. Und diese kommunale Außenpolitik, wenn man sie so nennen mag, sehen wir heute, ist noch wichtiger denn je. Wir sind als Hannover auch daran interessiert, mit weiteren Städten natürlich in einen guten Austausch zu treten. Aber gerade die Partnerschaften, die wir haben, möchten wir auch weiterhin pflegen. Getragen wird die Städtepartnerschaft vom Verein Armee de Gimlage Hannover-Rouran, den Freunden der Städtepartnerschaft. Der Verein organisiert die Reise nach Hannover, den Empfang in Rouen jedes zweite Jahr. Das heißt, ein Jahr kommen wir nach Hannover und das nächste Jahr kommen die Deutschen zu uns nach Rouen. Die gegenseitigen Besucher haben ein besonderes Begleitprogramm. Entstanden aus den schrecklichen Erfahrungen der Weltkriege heraus, schaffen Städtepartnerschaften wie zwischen Hannover und Rouen eine zwischenmenschliche Grundlage für den hart erarbeiteten Frieden in Europa. Wir wohnen bei Familien, das heißt, dass wir Zeit mit den Familien verbringen, plaudern oder über das und das diskutieren oder Ausflüge machen. Und wir machen auch Ausflüge in der Gruppe. Wir waren zum Beispiel in Alem und in Bergen-Belsen. Wir haben auch zusammen Buhlspiele organisiert und wir machen verschiedene Sachen, um den Austausch leichter zu machen. Ich glaube, die Menschen haben Hannover kennenlernen können und ich glaube, wir haben einen guten Eindruck hinterlassen. Das Programm ist sehr facettenreich, sehr unterschiedlich mit vielen historischen, aber auch vielen modernen Ausblicken. Und insofern präsentieren wir unsere Stadt hier von unserer schönsten Seite. Hannover und Rouen. Die beiden Partnerstädte kommen sich bei Kaffee und Kuchen nah und sind eine Stütze der deutsch-französischen Freundschaft.